Hallo zusammen und herzlich willkommen auf potier.ch zu einer weiteren Folge 5 Tipps für schöne Drohnenaufnahmen. Heute geht es um das Thema Software und Hardware, die bei mir im Einsatz sind. Dann würde ich sagen, legen wir mal los. Hast du die bisherigen Folgen verpasst? Dann klicke doch hier oben rechts auf den Link für den Start mit Teil 1, damit dir nichts entgeht. Etwas Wichtiges noch vorab. Die Software und Hardware, die ich euch hier vorstelle, das ist mein Setting, mit dem ich arbeite. Die Hardware, die ich mir zum Teil über Jahre hinweg zusammengekauft habe, das soll nicht heissen, dass das das Beste ist, was es auf dem Markt gibt. Es ist einfach das Material, mit dem ich jetzt heute arbeite. Und das Material ist auch alles selbst gekauft. Da ist kein Sponsoring, das ist nicht irgendwie aus einem Review raus oder so. Ich habe das alles über die Jahre gekauft und gehe da auch nach dem Motto, es wird erst etwas ersetzt, wenn es defekt ist. Punkt 1. Teleprompter Software. Ich nutze als Teleprompter keine Software. Ich nutze dafür die Webseite von telepromptermirror.com. Das ist eine Firma, die eben eigentlich Teleprompter herstellt und einfach quasi auf ihrer Webseite eine webbasierte Version kostenlos zur Verfügung stellt. Der Aufbau der Webseite ist sehr übersichtlich und im Detail beschrieben, was man machen muss. Das Einfügen von Text kann man, wie hier steht, einfach simply copy and paste euren Text irgendwoher ausschneiden, hier quasi den ganzen Text markieren und alles darüber einfügen. Es ist dann auch beschrieben, eben die Software ist free for use. Man hat sogar einen Support hinten dran, obwohl es ja kostenlos ist. Es werden auch praktisch alle Sprachen unterstützt. Es gibt Videoanleitungen, man kann das auch bei YouTube suchen. Es gibt eine Mobile App. Man schreibt sich einfach seinen Text zum Beispiel im Word vor und kopiert den dann komplett mit alles markieren, kopieren, einfügen und kopiert den einfach so hier dann auf der Webseite wieder rein. Oben links seht ihr übrigens das Mikrofon-Symbol. Das ist für die Spracherkennung. Dann merkt sich die Software automatisch, wann ihr beginnt und wo ihr seid. Mir ist jetzt hier beim Aktivieren der Text nochmal rausgefallen. Ich habe den jetzt wieder reingenommen. Und was jetzt wichtig ist bei der Sprachaktivierung, man muss jetzt zuerst oben rechts auf das Play und jetzt beginnt es. Ihr seht jetzt, das was ich hier grau habe, was ihr da zu lesen beginnt, das ist das, was ich effektiv gesprochen habe, als ich diese Aufnahme gemacht habe. Damit habt ihr auch kein Problem mit dem Einstellen des richtigen Timings, weil es hört ja quasi auf euch, wie schnell oder langsam ihr das vorlässt. Wichtig ist aber auch, dass ihr wisst, egal wie ihr die Kamera aufstellt, ich habe das bei diesem Bild jetzt hier so gemacht. Ich habe die Kamera vor meine Monitore gestellt und dahinter den Teleprompter laufen lassen. Aber achtet euch mal, ihr seht anhand meiner Augenbewegungen ganz genau, dass das nicht frei erzählt ist, sondern dass das abgelesen ist. Aber ihr könnt euch das ja auch wieder zunutze machen, wenn ihr am Anfang des Videos darauf hinweist, dass ihr einen Teleprompter verwendet mit der Begründung, dass ihr so viel Materie rüberbringen wollt, dass ihr euch das gar nicht alles im Kopf behalten könnt, ohne etwas zu vergessen. Gleichzeitig zeigt es auch, dass ihr euch wirklich gewissenhaft und professionell vorbereitet habt, bevor ihr diese Takes gemacht habt. Punkt 2. Shuttle Pro Ich verwende beim Videoschneiden als Gerät an meiner Seite den Shuttle Pro Version 2 von Contour. Das ist ein sogenannter Multimedia-Controller mit Zusatzfunktionsknöpfen und Drehrädern und Feindrehrädern. Andere verwenden den noch für die Fotobearbeitung und Online. Ich verwende ihn nur für den Videoschnitt. Die Software dazu könnt ihr einfach auf der Webseite von Contour herunterladen. Und es gibt dann ein Konfigurationsfenster, bei dem man von mehreren wohl hundert Softwares schon vordefinierte Settings reinladen kann. Oder man kann sich das auch selbst konfigurieren. Ich habe es mir zum Beispiel grössten Teil selbst konfiguriert, weil als Linkshänder hat man da sowieso ein bisschen andere Anforderungen auf die Seitenverteilung. Und somit habe ich auch nicht alle Knöpfe konfiguriert. Ich habe einfach das, was ich regelmässig brauche beim Videoschnitt, habe ich mir konfiguriert. Und der Rest ist nicht konfiguriert. Ich habe auch eine Papierschablone mitgeliefert, mit der man ein paar mögliche Werte direkt vorfassen kann. Ich habe hier zum Beispiel Previous Edit, Next Edit. Wobei ich da immer wieder Probleme habe und im Moment nutze ich die Tasten nicht, weil mein Editing jetzt hier zum Beispiel in diesem Film hier geht über sieben Spuren. Und da weiss der Shuttle Pro einfach nicht, auf welchen er dann springen soll, beim Previous oder beim Next, auf welche Spur. Dann habe ich mir hier oben rechts den Zoom In hingesetzt. Das ist eine der Tasten, die ich am häufigsten brauche. Dann unten diese Taste, die ist etwas spezieller. Die nutze ich für das automatisierte Splitten von Video und Tonspuren. Ich zeige euch das später noch im Video. Dann kommen noch die normalen Tasten wie Langsamer Rückwärtslauf, Stopp, Langsamer normaler Vorwärtslauf und die Split-Taste, Split heisst nichts anderes als Cut, Schneiden. Dann die schwarzen Tasten links und rechts nicht konfiguriert. Und diese hier rechts unten, die innere, habe ich mir mit Löschen konfiguriert. Das silberfarbene Rad ist für den Sprung von Frame zu Frame und das aussere Rad ist für den schnellen und langsamen Vorlauf. Nun seht ihr es noch im Einsatz. Ich kann mit Play einen Film starten. Ich kann den Film auch so wieder stoppen. Und jetzt seht ihr oben links, wie ihr da Frame für Frame springt. Nach vorne, zurück, wie auch immer man das gerade möchte. Und jetzt seht ihr den Split. Jetzt habe ich da den vorderen Teil der Sequenz ausgeschnitten und kann den jetzt direkt mit der Löschen-Taste so gleich löschen. Ich habe mir das bei Magix so eingestellt, dass immer gleich beim Import das Video und das Audio-Material in eine separate Tonspur kommt. Darum muss ich mir das jetzt hier für die Demo zuerst wieder zusammen merchen. Und jetzt seht ihr, mit einem Klick, zack, habe ich die Spuren getrennt und habe jetzt die Möglichkeit, zum Beispiel eine ganze Audio-Spur auszublenden. Ich kriege jetzt auch die Lautstärkenkurve, die ich anpassen kann, wenn ich zum Beispiel Windgeräusche oder Störgeräusche rausnehmen will. Das kriegt ihr auf der Signalspur nie. Nun gehen wir gleich weiter zu meiner wichtigsten Taste, die Zoom-In. Mit der geht automatisch das Menü auf, in dem ich zoomen kann. Und ihr seht jetzt da oben links, wie ich das da problemlos mit der grösseren Kleider-Taste regeln kann. Ich hätte auch links und rechts den Schieber nebendran, aber ich mache das immer über das Zahlenfeld dort. Zuletzt noch das schwarze Rad für das Vorwärts- und Zurückspulen. Ihr seht da, das ist sehr filigran. Je mehr ihr dreht, desto schneller läuft es. Punkt 3. Studio-Mikrofon. Hier verwende ich das Quadcast Standalone-Mikrofon HyperX. Es ist freischwingend montiert, um Umgebungsgeräusche und Ventilatoren-Vibrationen zu vermeiden. Auf der Rückseite habt ihr die Möglichkeit, die Gesprächsquellen zu definieren, aus welchen Richtungen das Mikrofon den Ton überhaupt aufnehmen soll. Was zudem sehr praktisch ist, wie ihr jetzt in der Aufnahme seht, wenn es rot leuchtet, dann ist das Mikrofon an. Und wenn ich oben drauf tippe, wird das Mikrofon schwarz und dann ist das Mikrofon auf Mute. Angeschlossen wird es per USB und auf der Rückseite hat es einen 3,5 mm Anschluss für Kopfhörer. Ihr seht hier auf der Aufnahme auch, dass ich das Mikrofon extrem nahe an den Mund nehmen muss. Also ich kann da nicht einen halben Meter davon weg sitzen. Einer der Gründe dafür ist der bereits im Mikrofon integrierte Pop-Schutz, der eben diese Pops besser schon rausfiltert. Ich finde dann solche Fotos auf der Hersteller-Webseite immer ein bisschen prickelnd. Punkt 4. Beleuchtung Ich verwende als Fotoleuchten zwei LED-Leuchten von Nure. Die habe ich mir bei Amazon bestellt. Ihr seht hinten links dran das Doppel-Akku-Pack. Es kann sowohl auf Akkubetrieb wie auch auf Netzbetrieb benutzt werden. Ihr könnt die Farbe verstellen, ihr könnt die Helligkeit verstellen. Das Ganze kommt mit einem stabilen Dreibein daher, auf dem sich die Scheinwerfer und übrigens auch anderes Studio-Zubehör problemlos montieren lassen. Ich gebe euch nun jetzt noch eine kurze Abhandlung darüber, wie ich das bei mir einsetze und auch den Vergleich zu normalem Licht. Wie ihr seht, der Lichteinfall hier, das ist jetzt rein ein Neonlicht. Ich zeige euch das hier mal. Wir sagen dem in der Schweiz eine alte FL-Röhre. Mit dem Licht da werdet ihr immer die Problematik haben, das kommt zu sehr von oben, das ist so nicht zu gebrauchen. Ich habe nun das Oberlicht abgedreht, habe jetzt beide Studioscheinwerfer eingeschaltet. Der Schatten auf meiner Stirn habe ich natürlich erst bei der Nachbearbeitung bemerkt. Ich versuche die jetzt da noch ein bisschen auszurichten. Ihr werdet nachher auf der Aufnahme der GoPro sehen, das Ganze steht relativ nahe bei mir, also es ist da nicht so, dass ihr Studioscheinwerfer in 5 Meter Entfernung aufstellen könnt. Das haut nicht hin. Ziel ist eigentlich, die Scheinwerfer so zu positionieren, dass man möglichst keinen Schattenfall des Kopfes sieht hinten dran. So, ich glaube, so ist jetzt gar nicht so schlecht. Ich sehe, wenn ich ein bisschen zu weit nach hinten gehe, dann habe ich wieder einen Schatten. Wenn ich jetzt ein bisschen nach vorne komme, da verschwindet der Schatten wieder, grösstenteils. Ein bisschen schauen, so, ja, das könnte hinhauen. So, jetzt mache ich den normalen Take. Hallo zusammen und herzlich willkommen auf potier.ch zu einer weiteren Folge 5 Tipps für schönere Drohnenaufnahmen. Heute geht es um das Thema Software, die ich einsetze und Hardware, die ich einsetze. Es ist nicht die perfekte Hardware sicherlich, aber ich habe mir das einfach über die Jahre hinweg zusammengekauft und mit dem arbeite ich nun. Dann würde ich sagen, legen wir mal los. Wie ihr gemerkt habt, dieser Take, der war jetzt nicht so toll. Wir machen das Ganze noch einmal. Hallo zusammen und herzlich willkommen auf potier.ch zu einer weiteren Folge 5 Tipps für schöne Drohnenaufnahmen. Heute geht es um das Thema Software und Hardware, die bei mir im Einsatz sind. Dann würde ich sagen, legen wir mal los. Ich nehme jetzt hier von der Kamera nur die Audiospur, das Bild wird dann von der GoPro sein. Ihr seht, das ist extrem kompakt hier, weil eben das sind Studio-LED-Scheinwerfer, die hinten drauf, habe ich euch vorhin schon gezeigt, die beiden Akkupacks haben. Sind natürlich sehr praktisch, wenn du irgendwo ein Business-Shooting hast oder irgendwo sonst was beleuchten willst. Ich habe zum Beispiel auch meinen Trailer, habe ich mit den Scheinwerfern ausgeleuchtet, einfach mit sehr wenig Licht, weil es eine Dunkelaufnahme ist. Und ich verlinke euch die auch im Beschrieb drin, auch der Gimbal, alles drumherum. Das ist nicht irgendwo was wahnsinnig Spezielles, das habe ich mir einfach auf Amazon rausgesucht. Und bei den Scheinwerfern wollte ich einerseits, wollte ich etwas haben mit Akku und andererseits wollte ich etwas haben, wenn es das gibt, mit LED-Technologie, weil dann hast du kein Wärmeproblem. Die Studioscheinwerfer, die grossen, die werden sonst immer extrem heiss. Und die hier, das ist eben, das ist LED, die könnt ihr anfassen. Es gibt auch noch eine Softbox, die habe ich noch dazu, die kann man auch voran bauen. Dann gibt es bei einem Portrait-Shooting zum Beispiel noch das feinere Licht mit der Softbox und nicht so hart wie jetzt hier. Aber jetzt hier für diesen Take ist diese Konstellation hier völlig ausreichend. Ihr seht auch dahinter meinen Grün-Screen. Es ist einfach ein grünes Tuch. Wichtig ist, dass ihr es richtig anstrahlt, damit es dann von der Software auch rausgeschnitten werden kann. Ihr seht jetzt auch gerade, wir sind nicht limitiert auf Fotos, sondern es können durchaus auch bewegte Aufnahmen über den Screenskin wiedergegeben werden. Eine weitere Variante der Studiolampen seht ihr hier sehr gut auf diesem Standbild aus dem Film von Vicky Lash. Vicky verwendet hier ein sogenanntes Ringlicht. Es handelt sich um einen Ring aus Licht, der auf dem Stativ steht und der genau mittig aufgestellt wird, der gibt dann diese schöne Spiegelung in den Augen. Also wenn ich jeden Tag irgendwelche Schminkvideos machen würde, würde ich mir wohl auch ein Ringlicht kaufen. Aber jetzt für mich die paar Mal, bei denen ich vor der Kamera sitze oder stehe, da reichten mir meine Studioscheinwerfer, die ich sonst fürs Fotografieren nutze, komplett. Punkt 5, Recorder-Software für den PC. Ich nutze hierfür OBS Studio, das ist eine Freeware, die gibt es für alle möglichen OS. Und die Software, die könnte noch viel mehr, aber ich brauche sie wirklich rein für das Desktop-Recording, weil das ganze Edit mache ich ja dann mit Magix. Ich glaube, die Software ist eigentlich vor allem auch für Streamer, Live-Streamer gedacht. Da setze ich sie aber nicht ein. Ihr seht, es ist gewaltig, was das alles kann. Hier könnt ihr zum Beispiel die verschiedenen Quellen definieren. Ich könnte Bildschirme nehmen, ich könnte Applikationen nehmen. Dann in den Einstellungen kann ich auch. Ich kann alles einstellen, vom Format über die Frames, über die Ausgabe, über Shortcuts. Ich habe hier rechts das Steuermenü, in dem ich die Aufnahme starten kann und wieder stoppen kann. Und daraus gibt es dann alles so einzelne Filmsequenzen. Bei mir legt ihr die jetzt unter Videos ab, die ich dann direkt von hier in Magix reinziehen kann. Ihr seht hier, das ist jetzt zum Beispiel die Studio-Ansicht. Da habt ihr eigentlich einen kompletten Videocutter, an dem ihr verschiedene Quellen zusammenschneiden könnt. Aber das ist mir zu kompliziert. Ich habe das mal versucht, aber ich habe es nicht geschafft. Nice to know Für die direkte Aufnahme auf dem Mobile oder auf dem Tablet verwende ich X-Recorder von InShot. Das ist ein einfaches Tool, das man als App herunterladen kann. Man kann einiges konfigurieren, wie ihr da seht. Alles, was das Herz begeht, Qualität, FPS-Ausrichtung, einfach so all die Sachen, die man anpassen möchte. Ihr seht hier, ich habe jetzt auch einen 3-Sekunden-Countdown vorrangeschaltet, dass wenn ich die Aufnahme starte, dass ich noch 3 Sekunden habe, für mich vorzubereiten. Sie ist in verschiedenen Sprachen erhältlich. All meine Filme, die ich vom Mobile her machen muss oder will, mache ich eben mit dieser X-Recorder-Software. Damit sind wir am Ende von Teil 8 angelangt. Falls dir das Video gefallen hat, dann lass doch ein Like da, ein Kommentar und wenn du keine Folge verpassen möchtest, dann abonnier doch den Kanal mit mir. Danke dir!